Action! Mach aber auch, ne? Erkennens, es gibt so Tage im Jahr, da kann man sich auch mal rausputzen, ne? Wie zum Beispiel heute an Heiligabend. Ich sag mal, schön und gut, dass Jesus damals in Leinenlumpen eingewickelt wurde, aber die Zeiten haben sich ja noch ein bisschen geändert, ne? Und gerade an so besonderen Tagen wie diesen, dann darf's auch mal was Schickes sein, ne? Weil kein Hemd aus Bayern hat, ne? Was jetzt nicht heißen soll, dass der Papa nur Markenklamotten hat, ne? Für Geburtstag der Schwiegermutter reicht ja noch mal so ein Billigfetzen von Keks, ne? Ja, aber ne. Heute, da kann's auch mal ein feiner Zwirn sein, ne? Mit schöner Krawatte und allem Pipapo, ne? Und von daher, also jetzt noch mal feucht durch den Schritt gewischt und dann rein in die schicken Klamotten und dann, ja... Frohe Weihnachten, sag ich mal! Euer Weihnachtspapa hier, Klingeling!